hier oben gibt es steine ohne ende wir haben doch jetzt noch so ein stein gehabt oder genau du brauchst hat das jetzt gebracht keine ahnung und jetzt höre geschützt oder bist nicht da Ups, ja Oh, was soll der Kack Rutsch Da unten ist ein Schalter Ich bin auch schon aufgefallen Tja Tja, oh da, oh der Zauberer ist das andere Typ Und Hats Passiert Ach hier Unsere Helden würden es noch einmal probieren Auch recht Ups 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 Je fans hat Hunger Deswegen ist es umso böse auf dich ist Ups 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 Ist klar, durchgehackt. So, dieser Baum ist irgendwie total edelhaft. Oh, Löffelaufstieg, oh Gott. Ich hab wieder ne Stelle gefunden, wo man so ein Teil holen kann. Ich brauch noch 5 Löffelaufungspunkte, dann hab ich die Magierin komplett, äh, die Dieben. Oh, ich hab ne Küste gefunden. Da, jetzt hab ich's. Hins ist nicht mehr zu. Da oben ist nämlich noch was. Nicht weg wollen. Oh, was interessantes. Speicherbomber. Ah ja, und ne fleischfressende Pflanze mit Meeren. So, und stell dir vor, es wären Jahrzehnten. Genau, Jahrzehnten. Hm. Gucken wir das Loch mal schnell an. Verdammt, ich wurde gefressen. Und wieder gefressen. Und wieder gefressen. Und wieder gefressen. Hm. Das ist irgendwie lustig gerade. Du trainierst wohl heimlich an dieser Wand. Gewicht, Stämpfe, Magier. Hm? Ja, ich hab gesagt, du trainierst wohl heimlich an der Wand. Gewicht, Stämpfe, Magier. Ja. Ach, Arschloch. Ich kann dir leider nicht helfen, ich bin leider tot. Ja. Ha, 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 ha. Also ich würde das mehr mittig stellen. Auch bei alle drei, glaube ich. Ne, nicht unbedingt. Aber du brauchst bloß einen in der Mitte, sodass du schon mal im Falle von, ähm, block hast, wo du dann drauf springen kannst und... Oh, ich hab jetzt ne riesen Idee. Ach, vielleicht bist du groß. Oder du lässt es runterbiegen, wenn's hochkommen kannst du ja höher springen vielleicht. Ne. Naja, fast. Naja, fast. Oder du, du, ähm, bist auf der Fläche und, und, und du machst den Stein etwas höher schon. Also so, dass du in der Zeit, wo du dann läufst, dass du erst runterkommst. Das wäre auch ne Möglichkeit. Äh, lol, warum ist da so ein sprecher Ding? Müssen wir gleich mal kurz abtauschen. Wie ist der St.iti? Wie ist der St.iti? Ich bin dran. Wie ist dieser St.iti? Wie ist das? Der St.iti hat aber das Sagen? Ih, der St.iti ist im Vid so mal tausend habe ich doch gerade irgendwie sieht es aus als hätte der mauer der magier keine schuhe an der magier hat keine schuhe an irgendwie sieht so komisch aus er hat flippflop sandalen trägt er ja 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 lauf doch zum nächsten speicherpunkt bevor du kämpft ja soll ich wissen dass du gestorben bist du schmeißt ich den gegner irgendwie gerne hin und sagst ja hilf mich bitte hat heute runtergefallen tot fressen für die pflanze schon wieder tot schon wieder tot die tag verstehe jetzt wieder tod wieder tot habe ich gesagt so aha ja da oben war so speicherpunkt in deinem kopf wo oben ja da oben recht oben aber wie blind kann man nur sein magie geht eben alles oh yeah das wird mir eine freude sein oder auch nicht haba haba nimm deinen äh typen auch ja 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 Was Sie sehen, es hat ihn aufgegessen. Weißt du, was lustig ist? Ich habe Schwerkraftpfeile. Wow, was ist das denn? Geh mal rüber schon. Okay, ich weiß, das ist jetzt Kami, aber da unten ist was. Levelaufstieg. Da ist immer noch was versteckt. Hier drunter ist nämlich noch was. Hier an der Plattform in der Ecke, wo ich gerade stehe, sieht man da blau leuchten. Der Ecke hier unten. Immer um und immer unten musst du mit Hammer machen. Immer hier unten und immer dort rum. Okay, dann haben wir es. Moment, das erledige ich damit. Hm. Boah, was sind das für Kreise? Die sind scheiße. Ähä, lol. Also ich bin drüben. Ja, aber ich sehe schlecht die Tür aufhalten. Und einen Speicherpunkt habe ich obererwischt. Da ist noch ein Spinnviech. Oh, oh. Oh, oh. Noch ein Spinnviech. Oh, oh. L покуп歩 hoch. so ist erstmal noch ein raussgebgerund. Und dort drauf übertrieben sein kann. Okay Auprzeid. Hier oben, ich hab ne Wand gefunden! Ich hab hier ne Gang nach den Gang nach oben gefunden. Und ich hab nen Geheimgang gefunden gerade. Ja, ich hab hier oben perlen! Oh Gott. Oh verdammt. Na los, also, ey, du musst doch mal bei mir auf der Plattform warten. Aber was ich gemacht habe, ich bin aber runtergequillert. Runter hier ran. Ich sagte warten. Ich hast hier den Buckel verbrannt ey. Ich will, ihr spinnt wie ein anderer Piste, ey. So. Ja. Guck mal, ist das jetzt der Hauptweg oder der Nebenweg? Wäre aber so gut zu wissen, der Punkt. Ich sag dir immer noch warten. Ich hab mir was für die Pelle geholt. Ja. Alter, hab ich da gewartet, um mir nicht zu warten. Ah ja.